Das, meine Lieben, war ein kleiner Vorgeschmack auf das, was euch jetzt erwarten wird. Ich war heute nämlich tätowieren und dachte mir, hey, 50 Abonnenten und ein Tattoo-Termin fallen beides auf einen Tag. Da muss ich ja was draus machen für euch und ich habe mir ein kleines Tattoo stechen lassen, was ihr so ein bisschen als Widmung für euch sehen könnt. Ich werde nachfolgend noch Bilder von der Session hier mit einbauen in dieses Video. Der Tätowierer war der liebe Chai Tai aus Nürnberg, seine Facebook-Seite findet ihr unten in der Beschreibung. Schaut mal bei ihm vorbei, der macht richtig coole Sachen, ist ein richtig cooler Typ und ich habe immer mega Spaß, wenn ich mich bei ihm tätowieren lasse und er hoffentlich auch. Und ja, ich wollte einfach mal Danke sagen für 50 Abonnenten. Mittlerweile sind es, glaube ich, 56, aber naja, es sind 50 und hey, es seid ihr okay und ich mache jetzt kein 55 Abonnenten-Special, ich mache ein 50 Abonnenten-Special, aber trotzdem ist jeder von euch damit angesprochen, darf sich damit angesprochen fühlen. Ich finde es einfach nur Hammer, dass ich in der kurzen Zeit einfach so viele Leute gefunden habe, die meine Videos gucken, denen meine Videos gefallen, die daran Spaß haben, was wir machen. Und da auch nochmal ein ganz heftiger Dank an meinen Bartbruder, den Grumpy Beard, mit dem ich zusammen ja ARK Survival Evolved spiele zur Zeit, den findet ihr erstens mal in allen Beschreibungen von ARK und auch in meiner Freundesliste. Schaut auch mal bei ihm vorbei, falls ihr es noch nicht getan habt. Wirklich hammercooler Typ, hatte ich wirklich Glück, so jemanden zu finden. Ist ja auch schwer, ne? Im Internet so. Weißt ja nicht, wer sich da rumtreibt einfach. Ja, auf jeden Fall, das 50 Abonnenten, Dankeschön hier an dieser Stelle an euch und nachfolgend viel Spaß mit den Szenen vom Tätowierer. Ihr werdet sehen, dass in diesem Tattoo die Zahl 50 verewigt ist. Das ist kein Zufall, das gebührt euch, dieser Dank, der richtet sich an euch. Ja, und die 50 kann man erweitern, wenn man weitere Nullen dran schreibt, das heißt, die nächste Null wird dann dazu gestochen beim 500 Abonnenten-Special. Also, liebe Leute, abonniert fleißig, aber nicht zu fleißig. Es tat wirklich Sack weh. Und so in zwei Monaten wieder, okay, aber dann, ja, langsam, aber trotzdem, ne? Ne, vielen Dank an dieser Stelle und viel Spaß bei den Szenen vom Tätowieren. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.